Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge Silberrücken in der Kluft. Ich stehe bei Silber 3 mit 50 Ligapunkten und ich weiß nicht was das Matchmaking sich gedacht hat, aber wir spielen gegen einen ehemaligen Platinspieler und drei ehemalige Goldspieler. Von den vier sind allerdings zwar jetzt schon wieder Gold 5 in der jetzigen Saison. Dafür haben wir immerhin einen, der erst diese Saison seine Ranks gestartet hat. Und der ist jetzt gerade bei Silber 3, also mal gucken wie das ganze hier so laufen wird. Ich bin noch etwas unsicher. Was ganz schön ist, ist, dass sie alle relativ wenig Engage haben. Das heißt also, das gegnerische Team hat sehr viel Damage und sie haben eine Elise. Aber angenommen Lux trifft ihren Slow oder ihren Snare nicht, denke ich mal, sind wir danach 10 Sekunden lang, 7 Sekunden lang im Late Game besser aufgestellt. Sprich, dann könnten wir uns mit Nautilus vielleicht jemanden rausgreifen, vielleicht kann Kha'Zix auch irgendwas flankieren oder Jhin mit dem Ulti irgendwas anstellen. Wir werden es zu sehen kriegen. Wir müssen, denke ich mal, auf jeden Fall ins Late Game kommen und dann dort irgendwo eine Chance auszumachen, wie das funktionieren könnte. Ja, das versuchen wir jetzt mal. Das Schöne ist, dass die Bot Lane, also sie haben eine Lux, das ist doof. So ein Potenzial ist irgendwie da. Ah, und sie hat Thunderlords. Also mal schauen, was da draußen wird. Jhin. Nicht alle. Ja, schöner Start. Ich war leider noch nicht Level 2. Ich glaube, sie schon. So, ich werde jetzt versuchen, die Fraunspunkte mitzubekommen. Das habe ich hingekriegt. Hm, läuft. Sehr viel Slow für meinen Geschmack. Yippie. Das wird ein total tolles Spiel. Aber wie gesagt, wenn wir es durch die, durch die, durch das Early und Mitch schaffen, dann wird das hier schon laufen. Vielleicht hat er sogar zwei Kills bekommen. Cool. Ach ja, Grace ist ja in deren Team. Doch nicht cool. Ich nehme alles zurück. Jhin kriegt hier schon ganz schön eins auf die Mütze. Okay. Vielen Dank. umesesselten? Danke. 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 Ich bin 너무 gut. Danke. 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 Rache! Aber wieso habe ich da jetzt kein Kopfgeld für bekommen? So, genug Geld zusammen. Um, they have three golds and one plat. Schön! Noch kommt Nautilus anscheinend mit Graves gut klar. Gucken wir, wie das weitergeht. Ich gehe dann auch auf Level 3 für den W und werde dann versuchen, über den Q weiterzumachen. Das Problem ist, dass Jin halt hier extrem viel gut gezielt. Ähm, wir werden hier halt super gezohnt von... ...von Miss Fortune. Ich verstehe nicht, warum der reingeht. Okay, jetzt mal wirklich Verlust. So, bitte. Ich huile auch wegen, weil er so weit ist. Ich gucke jetzt mal rein. Okay. Ich mache jetzt das den Knarre. Der Kuss ist jetzt mit mir. Der Kuss ist wieder auf, wenn mir das schon mit mir klappt. Und dann muss ich sicher sein. Das stimmt. Der Kuss ist nicht korrekt. ja dass du willst die mit denen fehlt jetzt schon seit ein paar sekunden mal gucken ob ich dann auch wegkomme aber ignite ist raus ich hätte vielleicht über den errichtung red buff weglaufen können weil er ganz über den try bush gekommen ist jippie das wird ein spaß aber es geht noch also 8 zu 7 die bot lane ist halt ziemlich schlecht dran im moment aber die kills liegen zum großteil bei bei lux von daher ich weiß nicht warum er so lange wartet er hat doch ein da haben sich die erfahrungen von lux und miss fortune jetzt als nicht mehr so aktuell herausgestellt so der hier müsste jetzt eigentlich ausreichen auf level 3 zumindest vorerst ich will mit dem crew jetzt noch gewissen einfluss ausüben können wir sollten jetzt versuchen uns release vorzunehmen also wir hätten die diese alleine kriegen können no problem thought of elise versus three wir hätten also bin ich mir zu sicher aber gut der drake ist gewordet k6 gank anscheinend schon ganz gut ihr kriegt die kills halt nicht selber aber ja 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 Ich bin auf dich gerichtet. Ich habe eigentlich genug Mana. Wir könnten da was draussen machen. Jetzt ist es zu vorne wieder gekommen. Ich bin auf dich gerichtet. Jetzt habe ich natürlich gerade keinen... Mich wundert immer noch, dass der Ulti von Miss Fortune noch nie kam. Aber... Gut, wir haben sie immer zuerst gekillt bekommen. Aber ähm... Scheiße. Ich mitbekomme, dass Karsix da auch noch irgendwie gestorben war. Aber der Drake ist wieder gewordet. Von daher... Mal gucken, was sie daraus machen werden. So, jetzt habe ich nicht genug Geld für einen Mana-Kristall. Deswegen nehme ich da noch eine Kontroll-Ward mit. Das geht hier relativ häufig zurück. Botlane fehlt, aber sie gehen anscheinend nicht zum Drake. Gucken, was das noch wird. Gucken, was das noch wird. Also, ich habe jetzt noch eine Kontroll-Ward-Ward-Ward-Ward-Ward-Ward-Ward-Ward-Ward-Ward-Ward. Ich bin aus. Ich gehe dir auf, was das immer gut auskehrt. Gut. Dann ist hier eine Kontroll-Ward-Ward-Ward-Ward-Ward-Ward-Ward-Ward. Ja, die sind jetzt beim Break. Okay, es gibt auch kein Interesse. Also, ich weiß nicht, was du hier ist. So, Mana wird jetzt knapp für Siegen. Ist das irgendwie nicht so ganz hilfreich. Grace geht jetzt nach oben weg, um einen Aufschluss anzugreifen. Eigentlich sollten wir jetzt wirklich hier was machen. Jetzt waren nämlich zwei oben. Im Prinzip hätten wir jetzt hier sehr schön gegen vorgehen können. Bis Zed wieder in die Midlane kommt. Danach eher nicht. So, rein, 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 rein. Help, sagt er. Report this car. So, ich bleib jetzt mal hier. So, ich bleib jetzt mal hier. Da komme ich gerade über die Richtung nicht mehr hin. Und da hätte Ari nicht weglaufen dürfen. Da hätte ich noch mehr draus machen können. Zed ist so weit vor Lux gelaufen, dass man da durchaus sicherlich noch hätte irgendwie... Also, sie hätte einen Charme für Zed gehabt. Ich hätte den Ulti einsetzen können, wenn sie in der Richtung gewesen wäre. Auch nach seinem Ulti. Da wäre noch mehr drin gewesen. Ah, was ist denn da jetzt schon wieder los? Nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Hier ist Graves und Blubber. Der Blubber ist sowieso schon weg. Von daher macht das auch nichts aus. Oh, das war so klar, diese verdammten Spinnen. Rauchenden Götzen. Götzender Raucher. Verbotener Götze. Genau, wir zum Rauchschwenker. Da wir sowieso nur als Team eine Chance haben, gehe ich lieber auf den Rauchschwenker. Ich finde Redemption mittlerweile nur noch dann sinnvoll, wenn man in verschiedenen Gruppen unterwegs ist. Und da wir das ja nicht sind, also da wir das zwar sein könnten, aber dann keine Chance hätten, gehe ich hier dann lieber für den Rauchschwenker. Ich kann euch noch ein bisschen hochheilen, Freunde. Mitte. Irgendwer muss Mitte deathen. Okay, dann werde ich das wohl sein. Yippie. Okay, Nautfluss möchte ich ein eigenes Show machen. Okay. Schön für den Supporter-Kill gegangen. Gigi. Graves, kein Tippe. Das war Zed. Oh, das macht ihn kaputt. Im Moment. Also auf lange Sicht gesehen war der Teamfight schon wieder ganz in Ordnung. Hier ist wieder ein Fire-Drake übrigens, Freunde. Wenn er euch jetzt nicht heilen geht, dann werden die den bekommen. Dann bekommen sie Info. Ja, ich bin nicht schnell genug da, um sie zu heilen. Sie haben nicht gewordet. Ja, genau. Kf, Mf, Ult. Dann nimmt sie nämlich den Drake. Und abwarten. Abwarten. Ich gehe jetzt runter zu Ari. In der Hoffnung, dass hier unten die Sachen nicht gewordet sind. Hier weiß ich, dass keine Ward drin ist. Allerdings würde ich auch ganz gerne wissen, dass ich hier kein Zervanen habe. Ich setze hier noch eine Ward mit rein. Haben wir zumindest die untere Seite ab Dschungel irgendwie abgedeckt. Und wissen, wenn sie außerhalb der Lanes in unseren Dschungel kommen. Hier ist kein Zed. Der ist da. Ich verschwinde mal hoch zu Graves. Hier ist Zack. Löppt. Wie der Norddeutsche sagt. Dat löppt. Listen and repeat. Dat löppt. Oh, dat löppt nicht. Das Movement von Jin ist aber auch echt gut. Als wäre das so eine Führungslinie, auf der er langlaufen muss. Aber was die Ulz angeht, muss ich schon sagen, ist das schon sehr schön, was er tut. So, fiel euer Daumen. Wir sollten gucken, ob wir den... Und vielleicht lässt er noch... Mir ein bisschen Mala! Gut. Shut the fuck up. Nautilus, ey. Nautilus hat hier... Guckt's euch an. Herr im Himmel! Gern geschehen. Ach so, wollten sie gar nicht hinterher. Leute, dann gehe ich jetzt auch einkaufen. Ich will jetzt hier nicht mehr sterben. Ich bin voll ausgelastet mit Gold. Ich will jetzt nur meinen Heimwegern treten. Zack. Rauchschwenker und nochmal den Eterhau. Ist auch, glaube ich, gegen die ganzen Skillshots ganz nett, hier so ein bisschen mehr Movement Speed zu haben, um dann die Skillshots zu dodgen. Kein Problem. Ich tanke. Oh, Zett. Zett ist nicht gut. Warum auch immer... Hm, okay. Tja, Wölfe. Fast! Ja, das ist an Leona, glaube ich, besser als an Sona. Ähm, wenn man schon nahe an dem steht, der von Zett geultet wird, dann kommt man da auch an Zett ran. Die, ähm... Diese Geschichte mit dem Skillshot Von Zonas Ult ist halt irgendwie nicht... Okay. Ist halt irgendwie, äh, zeitmäßig gut von Zett, glaube ich, auszunutzen, um nochmal... Eigentlich brauche ich noch 150 Gold. Aber ich habe dann auch noch keine Schuhe, von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Magie-Durchdringung. Ähm, obwohl wir keine Tanks haben, geht in unserem Team natürlich trotzdem nett, weil... Ich dadurch auch den Schaden, ähm, erhöhe für Leute, die gar keine Magieresistenz gekauft haben sollten. Ich glaube, das ist ein Schaden, das ist ein Schaden, oder? Können wir den Drake machen? Das wäre total lieb. Keine Vision. Nicht da rein. Bitte. Nein, das ist okay. Wir sehen ihn wieder. Okay. Top-Lane war jemand. Wahrscheinlich ist er jetzt beim Red. Kasek ist wieder auf Abwägen. Okay. Da habe ich mal alles verkackt, was über uns zu verkacken ging. Reden wir nicht weiter drüber. Ich habe es hier für einen guten Zweck verkackt. Jetzt habe ich gerade das Ding eingesammelt, obwohl ich danach wusste, schon zurückgehen zu wollen. Das war auch eine super Idee von mir. Top. Und wieder nicht genug Geld. Was mache ich denn hier? 100 Gold warten? Stop fighting them in their jungle, for God's sake. Yep. Kar may be killing split push Z. Oh. Mitte ist Action. Wenn Kasek nicht immer so weglaufen würde, kann ich ihn auch wieder voll heilen. Graves ist top. Wir sollten jetzt unbedingt hier engagen. Ich habe leider keinen Flash, sonst würde ich da auch definitiv reinflashen. Das ist nur Ari und Autolust gegen Graves. Und Elise ist so gut wie down, also sie können ruhig weiter pushen. Und ich darf endlich Lichbane kaufen. Und komme wieder zur wichtigsten letzten Frage. Was denn noch? Wahrscheinlich wird es Flutens Echo werden. Ich kaufe jetzt erstmal das Elixier, weil ich ganz gerne, wenn ich mir schon den Items stattfüllen mit dem übergroßen Stab, statt noch einem Eterhau füllen würde. Klar, Movement's Feel ist immer noch gut, aber es gibt ja diese Cap-Grenzen. Und ab denen wirkt die absolute Zahl Movement Speed Bonus halt nicht mehr genauso stark, wie sie es sonst getan hat. Das kann ich gerade mathematisch nicht genau auseinanderfassen, aber gewisse Punkte zählen nachher eben im Prinzip nur noch einen Drittelpunkt. So, hier ist viel los. Wir sollten ein Stück zurückgehen, Jim. Ich kann schon mal meinen Trank nehmen, weil hier wird es garantiert gleich etwas unangenehm werden. Okay, Kha'Zix legt los. Sie sind auch wieder nur zu viel, das ist eine gute Zeit. Nööö. Ja, wie gesagt, Teamfights liegen uns jetzt als Team anscheinend doch ganz gut. Und in der kurzen Zeit schon, ähm, ah wo, nee, nee, ich nehme alles zurück. Das ist Quatsch. Ähm, also abgesehen, dass im Teamfall das fliegt uns tatsächlich. 40 zu 42, dafür, dass wir gerade in der Botlane so schlecht begonnen haben, ähm, ist Jhin jetzt tatsächlich von der, von der reinen Zahl her, äh, was die KDA zumindest angeht, besser als der MF. MF hat aber deutlich besseren Fahren. Ähm, Lux hat mehr Kills als ich, aber weniger Assists, deutlich weniger Assists. Also kann man jetzt schon nochmal sagen, dass das hier so ein bisschen, ähm, angenehmer für uns wird. Ich denke mal, die sind beim Ahndrachen, also sie werden nicht zu, ja. Lux hat ihn auf jeden Fall, äh, wardet. Ich warde jetzt hier nochmal, ähm, in guter Hoffnung. So, die restlichen... Nein, nein, Leute, wir sehen die doch gar nicht. Also, das ist ein bisschen, ähm, in guter Hoffnung. Kha'Zix entflieht schon wieder dem Schutzschild. Ja, ich hab jetzt den Ahndrachen gepinkt. Allerdings sind die meisten von denen noch 15 Sekunden lang tot. Also, wenn wir Glück haben, kriegen wir ja auch noch ein bisschen mehr mit. Alleine, weil wir einen Baron-Buff haben, ja. Und... Gut, ich bleib jetzt hier. Puh! Puh! Okay. Das war doch... Ari hat ein S-Plus bekommen. Ähm, warum eigentlich ich nicht? Okay, ich bin neunmal gestorben. Reden wir nicht weiter drüber. Ähm, hier sieht man ganz klar auch die Leistungsunterschiede. Wobei Lux hat nochmal 2000 Volt weniger als ich. Ähm. Bitteschön, gern geschehen. Danke. Ah, Capsschlauch wieder ausmachen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm. Ich soll schon zum nächsten Spiel. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.